Einen schönen guten Tag. Hier ist mal wieder Nassi auf live in der Woods. Ja, ich will heute das da verändern. Genau. Diesen Dingsbums will ich gerne verändern. Das kommt nach dahin. Wann ich hier will einen kleinen Gartenhändler mit Gartenstuhl. Alles drum und dran. Okay, aber nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Jutti. Jetzt geht's mal ein bisschen Erde holen. Mal gucken, wo ich gerade habe. Und das ruckelt und ruckelt und ruckelt. Ich kann leider nichts machen. Ich habe schon alles ausprobiert. Aber ich habe gehört, es haben viele Schwierigkeiten damit. So, okay. Hier ist ganz wenig Pferde drin. Noch einmal. Ja. Noch einmal. Gott, das muss reichen. Ja. Okay. Veränder das mal um. Für ein bisschen was machen hier. Genau. Hier ist halt im Keller gewesen. Ich passere meinen Rucksack. Ne, das will ich jetzt verändern und mag das nicht mehr. Ja. Da wegen Gartenhändler. Mit anderer Bezäunung. Und jo. Entschuldigung, wenn es so ruckeln tut. Gut. Ich kann nichts dafür. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen tun. Gut. Gut. Ja, ich muss die Token achten. Okay. Gut, bitte hab ich dabei. Gut. Okay. Dann wird jetzt mal hier verändert hier alles. Komm komm! Okay. Ich weiß nicht warum das hier so lange dauert, kann ich nicht sagen. Gut. Okay. 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 Da kommt dann auch Holz hin hin. Da mag ich nur Bullion hin. Kein Zaun mehr hin. Nein. Und das mag ich nicht mehr. Komm. So. 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 Okay. Ab hier wird es gemacht. Gut. Dann wird es ab hier. Wir werden nur einen Raum hier machen, wie ich das haben will. Gut. So, wird das hier noch ein bisschen ausgebaut. Gut. Hoppala, was mir jetzt passiert? Nun, so gewittert habe ich hier nicht. Ne, das wird jetzt alles zugemacht. Und alles Neue machen. Hier kann ich jetzt mein Beet hinkommen. Gut, 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 gut. Mal gucken, wie viel Holz ich noch habe. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Äh, nein. Äh, nein. Okay. Okay. Gut. Gut. Ja, mach ich. Ach. Ich habe jetzt hier einen anderen Rand gemacht. Okay. Okay. gut. Gut. Kann ich da das Beetchen machen? Okay. Okay. gut. Ja, ich habe jetzt hier noch einen Spaten bei. Jop, war das noch bei. Jut! 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 11 11 8 11 13 Ich muss mal gucken, ob ich das schon gehört habe. Hier wird alles mit Holz gemacht, wird alles mit einem Schöner gemacht. Ich muss das Schöner haben. Jut, okay, jetzt noch ein bisschen größer machen und mal gucken. Jut, dann wird alles gemacht, reik. Habe ich beide rein? Nö. Jut, müssen wir mal reingehen. Aber erstmal. Mach ich. Hier hin. Die Erde brauche ich jetzt nicht mehr. Die können jetzt weg. Gut, tschau. Jut, äh... Gehen wir mal kurz mal hier hin. Hallo. Aber hier bei... Jut. Wie sieht jetzt mein Futter aus? Wo kommst du da hin? Okay. Jut. Jut. Dann wird jetzt ein bisschen Hals gehackt. Die Bäume müssen weg. Wenn ich sage, die Bäume müssen weg, dann müssen die auch weg. Und jetzt. Und hier ist halt eine Obstplantage. Genau. Die Bäume müssen weg die Bäume müssen weg und weg und wegfangen. Genau. Ich komme weg. So, okay. Warte mal. Oder? Wir sind aus. Ein paar Tage, als wir. Ja, wir. Den Waldmark vor anders hin. Wie genau. Aber lang. und So, auf die Sternen. Wisst ihr, wenn wir unten ein normales, muss da eigentlich nicht erinnern. Die Bäume häkeln noch davon. Und dann muss man erstmal den Tropenhals so ein... Genau. So, okay. So, ich muss ein bisschen lang gehen. Und die ganzen Zipplinge aufnehmen. Ah, das ist ein Bomber hinter. Ach so. Okay. Wollen wir mal durchlaufen hier. Ich will keine Bäume wachsen tun. Ich will ja keine Bäume mehr haben. Ich will ja keine Bäume mehr haben. Ich will ja mal ganz schnell die Sense. Ich will ja ruhige不行. Okay. Ich... You! So, dann muss ich erstmal Tropenholz suchen. Und hier muss ich aufpassen, wenn ich nicht mein Obst. Und hier muss ich aufpassen. Ach du Scheiße. Alles weg kommt jetzt her. Endlich. Endlich. Endlich mal. Endlich. Mal eine Obstplantage machen. So war es das? Yes. Jetzt gehen wir nochmal durch hier. Das war's und das war's. Gut. Dann kann ich erstmal alles abbauen. Gut. Okay. 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 Und jetzt machen wir jetzt. Okay. Okay. Es dauert jetzt ein bisschen hier, bis ich alles abgehäust habe. Es gibt hier noch Mod, wo man es noch schneller machen kann, aber es macht ja kein Spaß mehr. Irgendwo muss ja auch die Grenze sein. Heute macht richtig Spaß hier zu spielen, ob man ein bisschen ruckeln tut. Und jetzt alles Obst. Obst. Jetzt mal die ganzen kleinen Bäume machen. Wenn ich kasse, oh Gott. Auf der Erde fällt mir jetzt gleich ein. Aber die Erde habe ich ja gleich. Und jetzt. Die großen Bäume sind alle weg. Ich kriege keine. Ich will hier ein bisschen freie Sicht haben. Aber die Öko-Kraft. Hier das neue. Ich habe gedacht, Eko ist hier so wie bei Kronk. Hallo. Ich habe nichts. Wie das gar nicht so. Ist ein bisschen komisch. Ich würde mal sagen. Hier ist ein Baume-Rotze. Nein! Wo soll's da weg? Bei mich war halt hierbei. Oh wie. Ja, hier ist noch einer. Moment, wo bin ich denn hier? Gut. Okay. Jut, dann gehen wir mal langsam wieder hin. Aber was eins komisch ist... Ich muss mich jetzt aufgreifen. Wo ist die Erde? Hier. Zehn Erde. So, okay. Hier muss ich wieder hin. Wupp. Moment, ich muss hier ein Bett aufstellen. Ich kann noch nicht schlafen. Ich muss noch warten. Das darf doch nicht wahr sein. Aber jetzt kann ich schlafen. Ach so. Jetzt darf ich schlafen. Jo, wie immer. Wo ist mein Bett hier? Jut. Äh, wo ist mein Holz? Das darf doch. Oh nein. Was ist das? Oh nein. Wo ist das? Das passt so, was es ist. Was ist das? Ah voilà! Nö! Warte mal, mach mich gespend. So, wo ist mein Holz hier? Hier soll natürlich eine Überrandung sein. Ohne Zaun jetzt. Ich hab mir gedacht. Och nee, darf nicht da oben hin. So. 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 Ich mach erst immer. Eins, zwei, drei, vier. So. 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 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Okay. Toil. Danke. Ja, ja. Wie immer das... Hallo? Gut. Wie sehen wir das? Oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich jetzt losmachen. Oh, jetzt ein Baum erwachsen. Stimmt's? Nö. Okay. Es geht ein Baum. Juh, ich mach jetzt noch mal ganz schnell die... Brandung noch hier fertig. Und dann... Loo. Äh, Termine noch. Leider hab ich noch Termine. Gut, aber das soll ich das nächste Mal schaffen. So, okay. So, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kann ich hier noch eins machen? Ja, geht noch. Jo. Och nie, oder? Vielleicht noch mal wegmachen. Okay. Okay. Wollen wir natürlich noch mal weg, denn dann stimmt hier alles. Jetzt soll ja alles schön aussehen. Gut. 1. Wie viele Felder hab ich denn hier einmal? 1, 2, 3. Okay. 4. Ich muss denn... 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3 habe ich. Dann muss ich hier noch ein Feld machen. Na toll. Okay. Aber... Wir sagen erstmal... Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Nessi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.